Der Häftling Fido Baranowski ist zum Tode beurteilt worden. Der Ordnung entsprechend findet die Erschießung morgen früh statt. Aus Liebe zu einer Russin beging er Fahnenflucht. Der Verurteilte hat Anspruch auf geistlichen Beistand eines Pfarrers zu seiner Konfession. Nur weil man ein paar Wochen lang auch mal ein Mensch sein wollte. In Ewigkeit aber. Unruhige Nacht. Auf das Vierte. Untertitelung des ZDF.